Hallo, hier ist Peter Schubert vom überregionalen Einrichtungshaus Isabella K. Und ich darf Ihnen heute von Freistil Rolf Benz das Modell 169 präsentieren. Und Sie sehen es hier schon in voller Pracht. Eine richtige Breitseite vom Sofa. Es ist sehr weich und komfortabel gepäustert. Ich setze mich da auch gleich mal rein. Ein wirklich schönes Sofa für die ganze Familie. Und das Kennzeichen des Freistil 169 von Rolf Benz ist zweifelsohne diese markante Korpushöhe. Es hat also wirklich eine gewisse Höhe mit einer schönen Kedernaht ausgeführt. Und was sehen Sie nicht alles für Kissen in allen möglichen Größen und Formen. Sie können natürlich dazu nicht nur die großen Kissen kombinieren, sondern auch kleinere, quadratische. Es ist eine richtig schöne Kissenlandschaft. Und somit mit Sicherheit auch für Ihre Kinder jeglichen Alters ein ganz beliebtes Sofa. Aber keine Angst, das Freistil 169 ist ein sehr stabiles Sofa und absolut alltagstauglich. Sie können es in unserem Shop www.isabella-k.com gerne kaufen oder Ihre Fragen stellen. Und wir freuen uns schon drauf. Danke und Tschüss. Danke. 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 Danke.